Die wichtigsten Formen des Zusammenlebens sind Konkurrenz und Räuberbeutebeziehung. Fressen und gefressen werden. Übertragen Sie das in Ihr Heft. Was ich sage, wird gemacht. Nicht der Verfall wird diesen Ort heimsuchen, sondern die totale Verwilderung, eine friedliche Revolution, blühende Landschaften. Schreiben Sie mit. Wozu ist Sex gut? Um das Erdgut aufzufrischen. Rekombination. Gefühle braucht es dafür nicht. Es geht alles automatisch. Sie könnte meine Tochter sein. Wann will mir meine Enkelin? Ein Tier müsste man sein. Ein wirkliches Tier. Ein Tier. Ein Tier.